Nächste Woche bei Hotel 13. Okay, Liederich, bist du bereit für die Zukunft? Ich kann Gegenstände mit meinen Zähnen aufheben. Und ich kann das einfach bedrücken. Wurkwärts. Lustig? Ähm, stopp, lustig. Tom, warum vertraust du mir nicht? Das Mädchen stoppt im Fenster. Was, wenn jemand sie sieht? Diese kleinen Ratten hätten sie fast mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, aber ich bin dabei. Wir müssen das unternehmen. Warte, endlich. Ich hab dich dabei gesucht. Wer bist du, ha? Geh weg! Verschwinde los! Schalt ein, nächste Woche bei Hotel 13. Hier kann alles passieren. Montag bis Freitag, 14.30 Uhr. Nur bei Nickelodeon.